Hallo, guten Abendmiddag und willkommen zu der Gerstheben-Rabitur. Für dieses Plane von Jet JPP12 habe ich hier den Adapter zu meinem Bosch Sauger. Hier ist der Adapter und der Kotte hier hinten drauf, kann ich Ihnen zeigen. So groß, müsst ihr da ein bisschen was drühen tun. Auf den Sauger passt er genau, hier passt er nicht auf. Da müsste man wahrscheinlich irgendein Tuch drühen oder sowas. Ich habe aber 100% von Jet JPP12 dabei. Er passt nicht ganz auf den Sauger, aber wenn das sauger läuft, dann müsste man es da hinziehen. Das geht, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist das Ding hier. Mehr gibt erst mal nicht zu erzählen. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Vielen Dank.